Mein absolute Lieblings-App ist Google Notizen. Da habe ich wirklich alle kleinen Notes, also Notizen, auf einer Übersicht. Wir können da mal auf eine Notiz draufklicken oder ich könnte jetzt auch unterhalb direkt etwas schreiben. Hier sehen wir jetzt eine Notiz und oben links habe ich ein Menü. Da habe ich die Möglichkeit, verschiedene Labels hinzuzufügen, also diese Notizen noch zu kategorisieren. Wir klicken jetzt da mal auf neues Label hinzufügen. Sagen wir hier als Beispiel mal Demo YouTube. So, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, habe ich auf der linken Seite auch dieses Demo YouTube. Da klicke ich jetzt mal drauf und habe hier eine Fläche, wo ich wieder neue Notizen hinzufügen kann. Machen wir auch hier mal. Dies ist ein Test. Und oben kann ich einen Titel hinzufügen. Man sieht jetzt auch das Label Demo YouTube wird unten eingeblendet. Wenn ich unten auf dieses Plus klicke, kann ich Foto aufnehmen, Bild auswählen, zeichnen, Aufnahme hinzufügen, Kästchen hinzufügen. Wenn ich unten links klicke, kann ich löschen, kopieren, senden, Mitarbeiter oder auch die Farbe ändern. Zum Beispiel hier mal eine gelbe Notiz machen, damit die heraussticht von den anderen Notizen. So sieht das dann aus. Machen wir eine weitere Notiz. Da machen wir eine Einkaufsliste. Und der Vorteil ist bei dieser Einkaufsliste, mache ich hier mal Milch. Der Vorteil ist bei dieser Einkaufsliste, ich kann die dann auch teilen mit anderen Freunden beispielsweise. Also ich kann jede Notiz teilen mit anderen Freunden. Zeige ich Ihnen gleich. Machen jetzt hier noch einen Titel einkaufen. Und dann ganz unten links habe ich die Möglichkeit, Mitarbeiter hinzuzufügen. Und füge jetzt hier eine weitere Person hinzu. Und somit hat diese Person ebenfalls diese Notiz in der App von sich auf dem Smartphone und kann die natürlich dann bearbeiten. Also wirklich absolut genial. Ja, dann machen wir mal eine kurze Zeichnung. Auch das kann ich natürlich. Hier so irgendwas rot. Und dann gehe ich einfach auf den Zurück-Button und schon ist die Notiz gespeichert. Dann machen wir eine Sprachaufnahme zum Beispiel. Oder wir haben auch die Möglichkeit, ein Foto aufzunehmen. So, ich halte das mal quer. Mache ein Foto. Und klicke auf OK. So, dann drehe ich das Smartphone noch. Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Ich habe auch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Ort hinzuzufügen. Dazu klicken wir einfach oben auf diese Hand. Und dann haben wir die Möglichkeit, entweder das zu terminieren oder eben einen Ort hinzuzufügen. Damit man dann auch ganz einfach auf diesen Ort draufklicken kann. Und gebe jetzt hier mal irgendwas ein. Und dann wird dieser Ort automatisch hinzugefügt. Natürlich könnte ich eben jetzt auch anstatt einen Ort hinzuzufügen, zum Beispiel auch da eine Uhrzeit hinzufügen, wann dieser Note erledigt sein soll. Und da mache ich zum Beispiel morgens und kann das auch wieder so terminieren. Den Link findet ihr unterhalb in der Videobeschreibung. Ist eine kostenlose App von Google selber und wirklich absolut nützlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch oder schreibt mir, was für Notizen-Apps ihr nutzt. Auch das einfach unterhalb in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Und so werdet ihr automatisch informiert, wenn wir wieder ein neues Video hochgeladen haben. Viel Spaß und Erfolg beim Notizen erstellen, teilen und terminieren. Euer Pascal vom Business Channel.